ich hab immer noch keine ahnung paula panza mein name si si panza ich begrüße sie ja wie verbleiben wir denn nun mein großer freund und das ist ja der mario bart das klingt original so man das heißt nicht dass man nicht auch da mal hingehen kann das macht man ja warum bin ich los mit euch hier da ist einer rüber gesprungen ok den haben sie ausgelöst habe ich nicht gehört aber da war auch ein team dicker wieso hört man denn die nicht alter er kann einfach rumlaufen da ist einer drauf hier wird irgendwo gehoben ich höre ich helfe was so knapp kann ich mal was zum heilen alter er kommt muss halt noch ein team ich hebe dich sofort waren das alle ok oder doch ich glaube du hast den letzten gerade die haben sich gegenseitig beballert und du hast den letzten ich höre irgendwas noch ja das hast du gemerkt die anderen kommen von der zip hinten das heißt der ist noch alleine das sind zwei teams auf der zipline robo broke ja die pushen wir jetzt einfach die gönnen wir uns können noch ein bisschen leider brauchen verbrauchen verbrauchen ja das sind nämlich nur zwei der zipline robo es ist halt noch ein drittes team dabei von hinten strange station ist noch ein team bei mir ist noch der zweite bei mir ist noch nicht hier ich poddel uns raus noch ist alles gut ein octane ship broke oben auf, bei uns auf dem zeilen der ist so low noch einen Schock nächste Team, nächste Team die heben leider den ist halt schon wieder eine triple take am ballern nocto hast du da welche gesehen nein hier waren steps hier waren schüsse hier war triple take oder sowas am start genau das war nämlich das durch die enge laufen jetzt gleich ah sorry die haben eh meinen mark gesehen sie schießen halt schon auf nicht das ist nicht euer ernst alter goldschild ein ship broke du sollst raus lass uns zone priorisieren jetzt mal die chasen die chasen ihn sogar okay dann müssen wir rauf jetzt du hast gedowned du hast gedowned steht oben auch drin sind zwei genockt aus dem team was hier oben ist das team unten wo ist das da wird sie gespannt über die gleise global sheet broke global sheet broke sind zwei schieb broke ja schieb broke ja schieb ja 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 Achtung ist noch ein Barsch. Achtung ist noch ein Barsch. Achtung ist noch ein Barsch. GG! Achtung ist noch ein Barsch. Achtung ist noch ein Barsch. G-Ges! G-Ges! Ich glaube das Damage war schon da, nur es hat nie gereicht für den Kill dann. Also ich bin zufrieden, es ist okay. Dein Schaden war auf jeden Fall da. Damage ist lit, Digger. Damage ist lit, aber dir fehlen halt zwei, drei Kills leider. Noch hab ich den Fashleiner gekillt, um Gottes Willen. Aber da ist noch einer. Da laufen noch... Wenig. Ammunition. Ja... So leicht kann man sich einen blauen Bodyshield auch verdienen. Hier, Steps. Ich hab nur eine Munition, muss man hinten abchecken. Probe knocked. Ich bin unterwegs. Ah, die ist auf dem Dach gewesen, die Alte. Hat noch einen Headshot kassiert und einen Bodyshot. Die ist low. Da ist noch ein Team dahinter, glaube ich. Der hat nochmal 30 Schaden kassiert. Ja, ist noch ein Team. Ich muss mich erstmal hochziehen mit Shield. Das ist noch ein Team. Ja. Das ist noch ein Team. Und hier ist wieder anlooded. Wo sind die hin? Komisch. Seltsame Rota. Ja. Vorne ist anlooded. Da laufen schon vorbei, um die Feinde zu verwirren. Ja. Funktion... Hier, hier, hier. Zipline, Zipline. Ja. Feintag. Raid. Ja. Wreck. Oh, nice. Schönes Ding. Gut gemacht, Digga. Ein Hit. Headshot. Oh. Nice. Clip das, Alter. Leute, das müsst ihr clippen, Alter. Oh, hat die kassiert. Das war der Tag, an dem eine Razor-Tastatur starb. Pfff. 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 Das ist ein geiler Clip, Alter. Wurde geblitzt, Alter. Wurde geblitzt, Alter. Wurde geblitzt, Alter. I got the browser. G-Crime, vielen Dank für deinen Follow. Und gehen wir. Americans under bridges. That's fake news. That's fake news. That's fake news. Wieder was zu Daily. Das landet in Dailies. Wenn das nicht im Daily landet, dann sind die sowieso alle dumm. Obwohl ich sagen muss, ich hab's ja gestern mit dem Noctus schon... Unter uns, unter uns. Ja. Einer Headshot, Watson. Watson Flash 24. Ja. Corporal Fast Cracked. Jo. Du kannst das mal auf den Boden nehmen. Ohhhhhhhhhh. Nice, Alter, nice. Da haben wir viele Shots da. Let's go da. Ja, wir haben viele Shots da. Ja, ich habe viele Shots da. Ja, Nick. Frag noch mal, ob du im Mord sein willst und du wirst gebannt. Ich nehme immer noch den AirDrop, das rechtliche AirDrop, dieses Groot-American-Rapid. No hostiles found. There are no enemies here at all. So ein Blockhunter. Trump, ja, kannst du auch verstehen. Ich denke, ich habe sie alle getötet. Rafe, all ich muss sagen, ist, dass du getötet. Du hast einen sehr, sehr schlechten Job. Du bist nicht auf meinem Level. Das ist alles, was ich sagen kann. Du bist nicht performant. Du bist nicht getötet. Du bist getötet. Ja, da sind wir. Ich habe den Haus verloren. Subscraper. Danke für die Follower. Danke so viel für die Follower. Get him out. Brave is cracked. Nice. Klau mir den, du Hörscheiße. Digga. Das war mein YouTube-Video, dass du verkackt hast, du Bitch. Sorry. Schlesi hat nur gewartet. Danke, Schlesi. Och man, Digga. Och man. Ey, du hattest sehen müssen, wie ich gerade Wingman-Schutz auch noch verteilt habe. Digga. GGs. Good job. You know, with American guns, you can do stuff like that. It's awesome. It's just awesome. Alla miss misantrop. Was it was a good run? Griffiths guckert guckert die